Wir sind heute hier im OSP mit Robert und Mareike und machen die ersten Leistungstests. Ja, drei haben wir schon hinter uns. Wir sind hier am Isokineten, am Isometen 2000. Wir haben jetzt insgesamt drei Tests schon hinter uns gebracht. Wir haben heute den Bauch trainiert, wir haben heute den Rücken getestet. Einmal in der Extension, einmal in der Flexion und einmal in der Rotation jetzt am Ende. Ja, Mareike, wie war es für dich? Wie hat es das angefühlt? Ja, es war super interessant. Ich habe das vorher noch nicht gemacht. Also die ersten Übungen waren ganz okay und die letzte war für mich persönlich die schwierigste. Aber es war eine schöne Erfahrung. Da hat man auch gesehen daran, dass sie das Problem hatte, dass eine Seite deutlich stärker war als die andere. Das heißt jetzt, in Zusammenarbeit mit dem OSP, im Athletetraining, werden wir versuchen genau da anzugreifen und werden versuchen, das in den Griff zu bekommen, oder? Alles klar, dann gibt es nochmal einen zweiten Test nächstes Jahr und dann wirst du sicherlich besser abschneiden. Wunderbar. Ja, dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ein bisschen besser abschneiden. Und den kompletten Bewegungsspielen. Drei, zwei, eins und Gas. Komm, eins und zwei, drei, vier und ein noch. Fünf bis oben. Jawohl. Langsam locker lassen. Genau. Perfekt. Alles klar, jetzt los. In drei, zwei, eins und Gas. Komm, 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 eins. Jawohl. Und die zweite. Zwei und noch eine. Drei, komm, 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 und wieder hoch. Jawohl, stark. Sehr gut. Und los. Zwei, zwei, drei, zwei, vier. Vielen Dank.